so dann noch mal ich hoffe diesmal klappt es ich habe echt keine lust mehr auf den scheißer da unten aber was mich jetzt gerade mal noch interessiert dann was ist denn wenn ich sag schon die axt habe und dann versuche durch die hintertür rauszugehen ob ich den dann umhauen kann oder ob er dann trotzdem kommt mich da nach unten bringt oder was das müsste ich auch noch mal das könnte man auch noch ausprobieren muss man aber nicht ich will jetzt erst mal diesen scheiß da unten schaffen ansonsten da mache ich erst mal drei kräuter wenn es geschafft ist es reicht mir dann erst mal ich habe ich dann irgendwann später noch mal lust na sag schon das zu schaffen er beziehungsweise nicht zu schaffen sondern ausprobieren ich will das jetzt schaffen und das andere dann irgendwann mal ausprobieren so auch die hier so den scheiß keller schlüssel nehmen wir mal die munition damit sicher sicher auch wenn ich immer noch nicht genau weiß wo man die knarre herkriegt das wird mich ja mal das wird mich auch noch mal interessieren da ist zu ob man da irgendwie irgendwie irgendwas anders machen muss sein wie jetzt erst mal schnell den trick ausprobieren wir wollen jetzt gar nicht erst die axt sondern nehmen uns einfach den trich und dann probiere ich das einfach mal so wie gesagt ich habe jetzt kurzen anderthalb minuten video angeguckt wie es vielleicht möglicherweise gehen könnte wenn man schnell ist ich bin nicht schnell aber ich kann versuchen schnell zu sein wird wahrscheinlich eher nicht klappen aber mal gucken kommen wir mal die munition noch mit so 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 schnell schlüssel schlüssel die schlüssel schlüssel ich der schlüssel ich die oh auch hier alter tatsächlich geschafft kann ich wieder abschließen kommen ein glück dachbodenfenster ja so das klappt auf jeden fall holy shit so kann man nicht machen okay ich habe keinen bock drauf dass er jetzt hier noch entgegenkommt das hier mitgenommen bin ich jetzt schon woher schreit ah da ist die gnare drin schau mal eine an irgendwo muss man die ja doch finden hier ich hoffe ich brauche jetzt nicht noch das hat mich erwischt ne scheiße 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 ich versuche jetzt einfach mal oben raus zu kommen auch ein schlechtes ende also das scheiß monster darf ein echt nicht erwischen sonst hat man gleich verloren ich versuche trotzdem noch mal raus zu kommen das schafft man nicht ne ne fuck okay wir wären jetzt auch so ein vieh oder verdammt 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 und was man immerhin schon mal ein anderes ende gefunden ja infiziert ende okay also muss ich jetzt gleich schaffen den schlüssel daraus zu holen ohne dass der dreck sack nicht bekommt okay 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 gut 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 gut